Ich habe gelesen, dass sie im Hintergrund von verschiedenen anderen Apps dann funktioniert. Wie kann ich mir das denn nicht vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass diese Software-Applikation als Teil in eine Plattform integriert werden kann. In der Plattform können Sie zum Beispiel Ihre Reise planen, sich informieren, aber auch das Ticket buchen bis hin zur Abrechnung. Und jener Teil, der dann in dieser Applikation es ermöglicht, festzustellen, mit welchen Verkehrsmitteln Sie gefahren sind, wie lang Sie, wie weit Sie gefahren sind, das ist der Teil, den wir einbringen in eine solche Plattformlösung.